Für dich nicht mehr Lass einfach weiterspielen, nicht so weiter diskutieren Ich kann zu spät, ich kann zu spät Das war eine Diskussion in der Community, die groß aufgeschehen hat Ob Bungie das geändert hat, ohne irgendwie anzugehen Ja Liebe Kommunenplatte Liebe Warte Swapping Ah, warte Oh, jetzt Ja, L3 oder R3, suchst dir aus Einmal stoppen Ähm, L1, R1, jetzt hab's R1 R1 Swap, Swap Ja So, wir haben R2 Na shit, jetzt war's wieder mit uns beiden, oder? Ne Ne, ne Ne, ne So, jetzt hat's Das ist mit euch beiden, ihr müsst schießen So, jetzt Jetzt Hab's Hab's Schon gedacht Wurden geht's So, R3 Und R2 I Und Ja Und Und auf L2 R2 Das ist Gamer Puls Ja Gamer Puls hat den Buff Ja ja, G2 So L2 Das ist L1 Das ist L1 So die Eds ein bisschen verlassen Das ist der Schade Oh sorry Ich war jetzt halt nicht mit Licht aufgeladen Ich land auch nicht mehr Aber gut, ich habe auch viel mehr besiegt Ja, jetzt ist das Nachladen Jetzt bist du Licht aufgeladen Ja Macht trotzdem nicht mehr Schaden Nachladen Der Schadenraum einiges besser Aber Schaden ist echt gut, ja Am besten wärs wenn du ähm Die Die Nova nicht direkt von Anfang an raushaust Sondern erst was die DIV machst Damit ich die Nova raushaue und euch mit Licht auflade Ja gut Ne das geht doch nur für Waffen Das wir los den Schaden an Waffen Ja es geht nur das wir mit Licht aufgeladen sind Und das geht's nicht Nein Ich meine Das hochenergetische Feuer Gilt nur für den Bonus auf Waffen Schaden nicht auf Super Schaden Ja Er meint Das du die DIV als erstes raufhaust Dass er die Nova schmeißen kann Dass ich mehr Schaden machen kann schon mal Schon am Anfang genau Und meine Nova auch direkt schon mehr Schaden macht Ich dachte er wollte quasi Ich dachte er wollte hinaus Dass ich mit meiner Super mehr Schaden machen muss Nein 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 Dass ich mehr Schaden mache Nein 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 Das ist voll ich bezogener Mensch Es geht auch mal um mich ne Haha Scorn Scorn Scharf Assettenebene Äh Was siehst du? Scharf Jetzt stand ich kurz durch Ich weiß nicht L1 L1 Oder R1 Warum habe ich jetzt den LaFuck What the fuck? Okay, der nimmt nicht. Alles normal. Du hast Phoenix den Buff. Ich hab auch den Buff, warte. Ah, okay. Der hat mir vorhin nicht getroppt. L1. 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 So, ist was? Wohin? Ja, wieder R1, R2. Kannst du aussuchen. Das riecht ganz gut. Kannst du swappen? Ja. So. R2. So, swap. So. L2. Jetzt doppelt. Einmal swap. So. Wir haben R1 und... Ach nein, ey. Alles gut. R1. Nein, ich lab mich nicht auf. Ich lab mich nicht auf. Genau. Falls du noch mal. So, jetzt müsst ihr einen danken weiter. Ja, ich schieß. Okay, wo ist es? So, ähm... R1 und... R3. Okay. Und der dann machst du R1 und R3. Ja. Ich brauche unbedingt Heavy. Ja. Von dir war es jetzt glaubens knapp. Pech gehabt. Ach, hier ist ja wahrscheinlich kein Feinder drin. Asphalt. Perfekt. Ja, obwohl ich Plünderer und alles drin habe. Mhm. Kriege ich gar nichts. Weiter geht's. Ja, ansonsten kann ich ja mit den Nades noch machen. So. Oh ja, ich habe wieder 5 bekommen. Wir haben... Wir haben... R2. Ey. Das ist L2. Ja, man. Heavy. Ja. Und das ist R2. Jetzt bin ich aufgeladen. Ganz. So. Und gleich die Div-Up drauf. Wohin? Äh... Sorry. Du hast R2. R2. Vielleicht schnell, R ist gleich zu weit. Ich füße das ab. Okay. Es wird da dann. So. Ich war zu weit weg für... Vergrift. Oh. Nachladen. 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 Zumindest haben wir so genug Schaden gemacht, sodass wir die Super nicht einsetzen müssen. Ja, aber ich habe... Ich hatte keine Heavy mehr. Ich hatte 11 Schuss. Oh, da liegt noch ein Päckchen. Einen Schuss kriege ich. Einen Schuss mit Plünderer. Ja, das war bei mir jetzt gerade auch so. Ich hatte hier viel Heavy Packs und immer nur einen Schuss bekommen. Ich gehe jetzt mal noch auf Leere. Hauptsache ich habe genug Special, weil die dann... die sind bei mir wieder voll. Das sollte eigentlich funktionieren. Ich brauche Darkness auf jeden Fall gleich. Sollte... Ähm... Wäre dazu, das hängt knapp, aber... Ich muss Heavy sparen. Sch- Schorn. Schrazes Herz. Erde. Ähm... Drauen hier noch ein bisschen? Ähh... Erde? hier ist doch nicht tot das ist l1 verpackt was dann verpackt das konken ist doppelt gespawnt l1 versuch l1 muss das war ein bach kriegen es war ja erde der karl gewesen deswegen also erde ja erde und l1 ja ja ich würde es jetzt mal einfach neben was anders haben wir eh nicht ja passt ok und ich krieg heavy ohne ende nice jetzt konzentriert euch wohin rr 1 wohin er 1 hat wir müssen es wochen worte das ist nicht gut aber jetzt noch bereit oder ja wenigstens jetzt so hat er zwei wir kommen uns kommen sich doch ein bisschen zeit lassen letztes wort ja warte warte jetzt so r1 und l1 ich habe nicht gerade doch ich hab's bekommen l1 nicht super aufgeladen und keine probleme meine nova auf jeden fall für einen feind mit slantern ich muss meine nova direkt am anfang auszünden da machen wir nicht ich habe 15 schuss eine rakete für mich wieder stand auf und die nova natürlich auch ja ja gut er hat zwei er hat zwei Ich wollte mal helfen, bitte, bitte, bitte. R2 wieder. Das ist R1. Wir müssen dann echt mit der Dunkelheit aufpassen, dass ihr da nichts abbekommt. Ich krieg nur ein Heli-Dings aus. Das ist L2. L2, ja? Ja, L2 und was? Das war der letzte. Das ist das. Hast du noch Heavy bekommen? Ich ne, nicht wirklich. Ich komm nochmal Ads. Hier bei mir. Woah! Nachladen. Pass auf, Dunkelheit. So, jetzt kommt gleich Final Stand. Final Stand. Nachladen. Los, alles los, alles los, alles los. Nein! Ja! Ja! Wie bei uns. Mit dem Dürresammler, weißt schon noch. Ah! Ja! Phoenix wie bei uns. Das war genau so. Ah! Das war eigentlich alles... Ich hab den letzten Schuss nachladen müssen. Ah! Glückwunsch, das war so ein Freeman. Ja, Leute. Unser schöner Freeman, Alter. Mit iPhoenix und Conterra. War ja richtig nice. Gerade noch so gut gegangen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da. Und natürlich ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.